Servus und grüß euch zu Folge 89 Let's Play Landwirtschaft Simulator auf der NLF Marsch ohne Gräben hier auf meinem Kanal Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt Ja, ich brauche den Kohl Kann man dann irgendwann einmal aus Kohl Kohle machen, sozusagen Ich weiß nicht, warum ich da nicht losgekommen ist jetzt Also, der Ernte würde nicht auf Feld 44 stehen Können wir gleich mal gucken So, dann schicken wir die Klammer los Jetzt kommt er Jetzt darf er kommen Jetzt, was auch schon spät ist Man muss aber dem Stimmen weisen Würde der nicht anfahren Das stimmt alles Das passt alles Das ist alles in Ordnung So, der ist fertig mit dem Wenden Der kann dann eigentlich auch schon wieder weg Dann schnappen wir uns den nächsten Lachen wir den Kurs gleich mal Ah, ich war schon wieder weg Ich hab mir diese Vorwortsregelungen da Schlimm, schlimm, schlimm Jetzt muss ich mal kurz in den Überschlag eingehen Was der glaubt, wie viel das wir brauchen 17 müssen wir abliefern So viel werden da eh nicht runtergehen Von dem Feld Dann nehmen wir einen kleiner Oder die zwei kleiner Jetzt sollen wir runterholen Von den Ballen Nehmen wir dann den Das ist die falsche Braucht man den da, oder? Jo So, auf die 30 bitte Ich glaub das mit der Ausfahrtswege ist noch nicht ganz optimal Aber ich hoffe er kommt raus Geht doch Die zwei Schnucki sind ja im Mund Warte mal lieber mal Weil es entsteht ans Tier bloß wieder im Weg umeinander Was ist dort? Das passt eh Du hängst wahrscheinlich wieder, oder? Warum auch immer Das stimmt Das stimmt Ja, das stimmt Das stimmt Du hängst Ja, das stimmt Du hängst Du hängst du hast du hängst aber den kopf ist nicht so schön immer kontrollieren immer kontrollieren der wort auf den ruf vom abfahrer das passt ja könnten eigentlich schon mit dem kurs laden der braucht 150 die walze ich weiß nicht ob er den schloss von kanten warten wir lieber noch das nächste eck wo er seine probleme hat oder vielleicht muss er das schaffe eck nicht der ist nicht scharf vor zwei zwiebeln weg aber der macht die scharfen sachen nicht die scharfen sachen nicht so schön die scharfen sachen nicht so schön so der braucht ein kurs nur die scharfen sachen nicht so schön die scharfen sachen nicht so schön 24,6 meter so dann haben wir die schon mal geladen beziehungsweise erstellt der hängt wieder fest wenn das auch wieder bei jeder wende passiert dann müssen wir da auch noch ein bisschen manuell nachhelfen so was so sieht man auch immer dass die zwei mörselkinder hins da wieder beieinander hängen würden da werden wir auch gleich mal den kurs zum schwader geladen brauchen wir die 30 schwader kurs laden da ist schon einer da der gerät nummer eins ist da so dann schicken wir den gleich mal los auf die 30 dabei schaut der new holland auch wieder wie new aus schön mit dem sauber machen der wird noch drüber poliert sieht man, wenn ich jetzt auch am magneten schreit ich glaube ich bin doch zweitens mal hatte jetzt haben wir die flecken einmal schön verblassen da am frontgewicht Autokorrektur einbauen bei mir wenn ich beim ls magnet sag mal nicht mehr frontgewicht noch eine vorgewende mehr braucht scheinbar 1,2,3,4 bahnen ich glaube aber selbst bei dem kontostammel brauchen wir einen zweiten striegel dann habe ich den eigentlich auf automatisch verkaufen gestellt ja, ich glaube der müsste den automatisch verkaufen oder nehmen wir noch auf einlagern die muscheln brauchen wir für die große fabrik dann drüben da muss ich einmal noch schauen, ob wir das machen wenn ich die röhrchen nicht irgendwo im gedöns festhängen laufe dann hier mache ich sie recht gut da hängt es schon wieder am ecken ja, 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 ja ja, ja, ja ja, 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 ja ja, ja, ja ja, ja ja, ja ja, ja ich muss jetzt eigentlich nur rückwärts fahren so ein Stückchen rückwärts fahren schafft das schon so nächster Pflegefall lauter Pflegefälle naja 1x1 oben 2x1 oben 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 unten das geht sich nicht ganz aus sonst so 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 die selbstständigen Arbeiten machen da wird das alles immer automatisieren was machst du jetzt hier ja Fruchtumfahrung eingeschickt so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Zu spät, Kollege So, dann machen wir jetzt da nochmal Die Aushilfe Und unten und dann haben wir da fertig Schönen Dinkel angesetzt Jetzt schauen wir mal da oben Der ist A4 dick, gell? Gut So, den können wir löschen Das machen wir jetzt einfach Dann formen wir zu der Werkstatt beim Hof Du darfst loslegen Okay, stopp Okay, stopp Ich denke mir schon gerade, warum es das Ausklappen schon anfängt Ich brauche den ersten Wegpunkt nicht den neuesten Hier 44 So, das ist ein dick So, das ist ein dick Und los geht die Schaus. Na ja, dann brauchen wir es nur noch stillgehen. Dann haben wir das auch schon. So, jetzt müssen wir dem nochmal helfen beim Umdrehen. Für die letzte Bahn. Dann kommen wir da. Dann zugucken, wie er fertig wird. Der fährt zum Stoppschild. Der ist jetzt nur nicht überfahren. Das Stoppschild. Dann kommen wir da. Dann kommen wir da. das was bringt wenn man hier raus nur noch fort mann jetzt mit der grobe oder sowas ich kann man glauben das mit dem maschinellen einsatz erledigt und fertig so löschen zu kloppen zu maschinen hole und den kollegen mit dabei zu starten wir dann in der nächsten folge bis dahin verabschiede ich mich von euch wünsche ich euch alles liebe und gute bleibt gesund lasst euch nicht ärgern alles liebe und gute i maverick pfiat euch so 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 so